Oder sind Sie eigentlich vom Tisch? Wir alle kennen die europäischen Regeln. Wir wissen, was die Europäische Kommission vorgeschlagen hat. Und darüber werden wir jetzt beraten. Aber das Entscheidende ist, dass die Zeit genutzt wird, um die Dinge in die richtige Richtung zu bewegen. Übrigens, wenn Sie die Nachrichten, wenn Sie das anschauen, was in den Ländern, auch in den letzten Wochen, auf den Weg gebracht worden ist, dann sehen Sie beispielsweise, Italien hat eine beachtliche Reform seines Arbeitsmarkts durch die gesetzgebenden Kammern gebracht. Frankreich hat ständig zusätzliche Maßnahmen in Kraft gesetzt. Wir sind alle auf dem richtigen Weg. Wir in Deutschland müssen uns ja auch anstrengen.